Hi, Sillyhuhn am Start hier auf Laser Gurkenland mit der IP-Adresse oder beziehungsweise mit der Domain Sillyhuhn.com natürlich alternativ immer noch erreichbar unter der IP-Adresse 149.292.127.134 und wir joinen jetzt hier mal den gratis erreichbaren Server, dem ich euch nur ans Herz legen kann, dass ihr da mal vorbeischauen könnt. Ähm, genau, für diese Folge ist ausnahmsweise mal kein Talk geplant, sondern ich wollte auf diese nice Insel hier gehen. Ach herrje, meine FPS sind ja voll am Sack. Ah, ich sollte mal mein Ladekabel einstellen. Ey, das mache ich schon. Ähm, ja, also der Plan für diese Folge ist natürlich, dass, ähm, dass ich AFK gehe. Das ist, äh, eine sehr spannende Sache natürlich zum Anschauen. Große Premiere hier. Ich werde einfach mal ein bisschen Sugarcreme farmen, auf ganz entspannter Basis. Und, ähm, ich stecke jetzt doch mein Lektor an. Ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt nackt wird und mir alles um die Ohren fliegt. Und ich muss noch schnell eine Hütte hier aufbauen. Ähm, genau, ein bisschen... Bisschen Weizen anbauen ist natürlich auch immer eine nice Sache. Genau. Das soweit zum Plan dieser Folge. Okay, dann... Boah. Black Death Server, oder... Das ist die Schaufel. Also irgendwie das neue Minecraft mit Schaufeln, die schnell abbauen, das geht gar nicht klar. Absolut überfordert dieses Spiel. Okay, gut. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Weizen hier. Ich bin ein bisschen stressig gerade für mich, hier alles auf schnelle Welle zu machen. Aber es wird umso entspannter für euch, wenn ich dann erstmal wieder weg bin. Wir machen uns eine schöne Dirt-Hitte. High-Quality-Stuff. Ähm... Das sieht dann ca. so aus. Ja. Okay, das wird wohl... Ah, hier ist noch der... Also ihr seht schon... Das wird... Das wird hier ein Prachtstück. Okay. Was haben wir hier? Ein Unterwasserfestium. Wo steht denn die Sonne? Ich kann die Sonne nicht lesen. Haben wir gerade Mittag? Wie lange sind die Tage? Acht Minuten. Sprich, wir haben noch... Ähm... Oh mein Gott. Wir haben noch vier? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist drei hoch immer sehr schön. Okay. Das sieht doch wunderbar aus, Leute, oder? Was sagt ihr dazu? Alles klar. Dann hier ein paar Fackeln hin. Oh... Crafting Table und Tür. Perfekt. Also... Ja, ich habe selten so ein hässliches Haus gesehen. Auf jeden Fall. Nicht mal anmerken an der Stelle. Okay. Aber es ist funktional. Eigentlich könnte man hier noch ein Bett mit aufschlagen. Aber... Aber... Hm. Keine Ahnung. Ja, krass. Ja, Weizen ist natürlich immer sehr ideal für... Für Tierhaltung. Nebenbei natürlich auch noch Essen. Das ist ein multifunktionales Produkt. Okay, Sugarcane für Bücher und so weiter. Obwohl das jetzt natürlich nicht mehr allzu dringend ist mit den Büchern. Genau. Habe ich noch Wolle im Inventar jetzt so? Ne, ist ja auch eh gerade nicht Nacht. Alles klar. Dann werde ich mich mal hier in die Ecke stellen. Und... Ah, der Server ist hart. Ne, ich weiß nicht, wie gefährlich das ist. Ich würde vor sich zahlrein mal hier ein Schutzloch anmachen. Und ich weiß nicht, ob sie sich die Tür einschlagen können. Jetzt wird es auf jeden Fall schwieriger. Alles klar, Leute. Dann werde ich jetzt mal... kurz AFK gehen. Und hier passt sie dann noch das Haus auf. Und hier passt sie dann noch das Haus auf. Ich möchte dich noch mal hier. Vielen Dank. 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 Hallo. Klassiker. Okay. 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 Ich kann... Und... ... 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